also nicht mal ein bisschen, hatten wir noch Obsidian woanders oder ist hier oben? ich glaube das ist alles oben da muss doch noch was bei dir im Vogel drin sein oder? das habe ich rausgeholt echt jetzt? das ist aber wenig das kann nicht sein das schauen wir mal wenn wir bei dir oder bei mir ist da was drin das kann nicht sein, da waren ja fast 400 müssen da vorgehen, ja oder haben wir was in der... wir haben doch 100 solche Dinger hergestellt da geht doch noch immer... das sind immer 2 pro 1 glaube ja stimmt Waffen ist das hier mit dabei, sonstiges... ja da ist es doch Feuerstein, ja das ist kein Problem, das kann ich auch holen Feuerstein haben wir zum Glück... unmaß mal eingelagert zum Glück Feuerstein, hier rein boah, wie lecker auch Fisch und so, warte mal jetzt muss ich wieder gucken was ich für Pfeile brauche Feuerstein, Stroh und Fasern Stroh, Fasern, wie viel Stroh? immer 2 Feuerstein 1 1 Fasern fehlt mir aber auch noch ein bisschen Blatt 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 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 6 5 7 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 6 7 5 6 7 ich hab auch was gedrückt, ich kann mich nicht mal so richtig drehen hast du vielleicht K gedrückt? ah ja jetzt muss ich mich selbst nochmal hier rasieren Toll meine Füße soll natürlich am Kopf ein bisschen vernünftig aussehen nein, gleichgerecht, ich mach auch, ich mach auch hier ab gleichgerecht äh, wie kann ich mein Bart schützen? ich kann mein Bart nicht schützen wieso kann ich mein Bart nicht schützen? Hallo? schwarzisch ich will mein Bart auch schützen hier steht aktuelle Frisur-Standard, aktuell Bart-Standard, ja, wie, wie, ach da, Bart oh Gott ja mach mal eine Helmarbeit, ja ich hab erstmal bei dir nochmal dir die Augenbrauen gezupft warte da 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 sieht's eigentlich mal vernünftig aus aber du gerade, muss ich sagen ich hab ein Level abgehabt dadurch das ist ja ein Ding, das ein anderer in die Haare schneiden kann geil, ne? ja, ja oh, meine Rüstung ist auch schon wieder voll im Arsch haben wir gekämpft, ja? ach ja, ich muss ja, ne doch, wo wir losgefunden sind, klar, ich muss ja gegen die Piranhas und so kämpfen aber ich weiß ja, was hast du ja schon, da sind noch zwei Scheren drin zwei? ich hab extra zwei gemacht oh, die eine ist schon fast ne alter Schwede ja, wo sind die Haare? ja, die kannst du auch rein sehen ähm das ist immer ne schöne Miene neunfünfzig Jahre, wo es bekommt da auch so ne Menge, ja oh, guck dir mal hier, meine geile geile Dings an hier, alter oh, ja ne oh da haben wir ja dann, weil ich atme ja ich atme ja, wir müssen noch zehn Minuten schaffen, irgendwie ja das ist mir gut so, ja das ist noch gut ich nochmal, ich habe was die Anzug mit jetzt immer denn, den? ich wüsste denn 0,5 was? wir wollen es mal runter machen, mal testen, wie gesagt ja, warte ich will eigentlich nochmal narkotiker mitnehmen, hier hast du es rausgenommen? ne hey, wo ist es hin? wir haben nicht nur 95 gehabt ich habe nichts rausgenommen ich habe nichts rausgenommen da war doch schon einmal 100 drinnen an die habe ich aus rausgenommen na da musste mich mit dem vogel mal kurz runter oder wie machen wir ja ja ich kann ihn bei den pfeile herstellen wo bist du denn hallo ich komme okay wir sind so schwer was wieso ich habe nur feine mit ich habe steine dabei aber ich habe ein bisschen zu viel faser mit vielleicht da haben wir so viel von was fallen ich habe nur vier steine mit also bei mir ist das gewicht auf nicht so hoch eigentlich gerade bei mir war wahrscheinlich zu viel ja die richtung licht und ein bisschen rechts da ist ja auch die fischer leben überhaupt noch oh ja fischstäbchen und und seelachs oder so da müssen wir viel viel lange mit den unter wasser bleiben oder ja also was wahrscheinlich obacht geben müssen kälte ja dann müssen wir vielleicht wissen man dann nochmal gucken dass wir uns die hosen auch machen dann einfach ja wir haben aber sowieso jetzt noch 80 polymär liegen und die brauchen ja nur wir sind guckst bei taucher weil die die hose schützt ja vor der kälte ne so ja 40 haben auf jeden fall die polymär 40 ja und das andere die taucherbrille brauchen wir unbedingt ne die flöße auch nicht also das haben wir eigentlich noch so ja übernselachs noch nicht zundings woher welcher war mein ausseelachs der ich habe mein fischstäbchen genannt ja das kalt wo es ist kalt wo drin erkennt man dass es jetzt leer wird ich glaube das erkennt man nicht mal sieht glaube nur die haltbarkeit bei dem gerät unten ist es grün gerade ja grün oder meinst du denn oder meinst du an der anzug die kaputt richtig ja ja das meinte schon wieder öl zum beispiel davon ist auch noch mal öl besonders unter mir fragen ob man kristall immer auf die schon immer hier erkennt alter schreckt mich nicht so die davon sind qualen das nicht gut da vorne links kleine fische große haie was kommt hier denn noch warum soll man so ein hai was ist das denn da vorne ich bin ja ganz neugierig gerade wau mal hier leuchtet hier was ne leuchtet aber so kalt ist mir gar nicht aber wenn man das machen kann dann macht man das denke ich mal ja was ist da vorne sind vor uns kann ich jetzt aber hier kann ich nicht das fernrohr nehmen ja da vorne sind oder mehrere meine klamotten jetzt hinter uns war jetzt auch kalt ich glaube die halten ganz schön viel aus ok der ist weg beide ne ja aufgestiegen oder kommt noch einer wo direkt vor uns du bist schon ja ist weg für schon zugefügt ok jetzt hat man doch langsam hoch ach so ich hab gedacht da kommt noch einer gleich ja machen wir auch noch schnell ja ne ja aber wenn wir zusammen drauf gehen dann geht das ja weiß gar nicht ob wir nächstes mal wieder leben machen oder so ne ja doch der ist schon weg ja ja der ist schon weg ok dann lassen wir nach oben ist die ausdauer weg von meinem fisch oder kann er nicht mehr schneller ich kann gar kein schiff drücken du doch ich kann gewicht ist alles gewicht ist zu viel ach aber warum ist das gewicht zu viel hat er so viel drin ja wahrscheinlich zu viel gefressen ja zu viel fisch drin meine ich ja gott ja ok jetzt kommt hoch der zweite war bei mir ich weiß gar nicht was wir bei den gelevelt haben ich habe auch erstmal gesundheit gesundheit denn also ja ok dann mal gleich gesundheit noch ich weiß gar nicht auf wie viel maße ungefähr geht aber ich denke mal so ein bisschen gesundheit ist schon nicht schlecht ja damit da mehr aushält ja denke ich auch ach hier schwimmen fische wo waren unsere insel überhaupt doch die war auf dem bislang müsste doch da vorne sein ne ja ja nicht doch ja war schon cool mit so einer taurer Flasche ja ja kann man mal schön auf erkundungstool gehen ja ich frage mir jetzt müssen ja auch noch andere monster sprüßere wie das hier sogar sein haben wir schon gesehen gehabt auf dem anderen server gut ich weiß ob das mod zu machen aber das glaube ich nicht doch hier auch mal so eine erkundungstour macht ob man sich vielleicht mal noch so ein oder zwei solche taurer Flaschen mit einpacken zu umziehen oder was naja wenn mal einer kaputt geht damit mal etwas aber was hat das so wie so man sich das vorbesorgen wo heute nur dass das Ding geht kaputt wie viel hat das sind jetzt noch ein Rüstung überhaupt das Ding denn auch noch wo schon bis ich habe sie aufgezogen er wurde die sind ja günstiger zu bauen das ist ja nicht das Problem wir sind aber trotzdem auch überlegen auch definitiv noch die Dings mitzumachen halt wie es ist denn hier um die Hosen halten und unterwegs war umso tiefer und ich denke auch das geht um so weiter aus jetzt geht er hoch auch mann so dass sie auch nicht so angestellt hier Hallo ernsthaft jetzt okay willst du nebenbei schon mal Tschüssi Kowski sagen ja Tschüssi Kowski Tschüssi Kowski so meine Freunde das war's denn heute mit der Aufnahmesession Sachen arg wir haben eigentlich ganz gut was erlebt wir haben Obsidian gesammelt haben auf dem Weg dahin einen großen Dino entdeckt den Titanosaurus bestimmen wir ja irgendwelche Infos auch dazu schreiben schon längst denn wenn das Video da war was es überhaupt ist und vielleicht etc pp Tipps wahrscheinlich wieder raushauen ansonsten haben wir wie gesagt Obsidian geholt konnten durch Polymer machen eine Schere sogar durfte Kiosho dann frisieren gewollt oder nicht gewollt ist ja auch egal jeweils haben wir den Menschen die Haare bekommen haben einen Taucheranzug gehabt jetzt und wäre dann demnächst gucken dass wir damit mal auf Taupertour ging ganz einfach ansonsten ja den großen zu wangen hat halt nicht geklappt aber wir haben auch ein Fernrohr das jetzt uns die Leute mal angucken können mal schauen ob wir den demnächst mal wieder treffen ich habe jetzt erstmal 200 solcher Pfeile hergestellt alleine auch einfach nur um sicher zu gehen ob die gelangt hätten weiß ich nicht aber es ist auf jeden Fall ein sehr krasser Dino wohl ich hoffe ich weiß es hat Spaß gemacht zuzuschauen ihr hattet Spaß dabei wie gesagt wir hatten auf jeden Fall auch unseren riesen Spaß ich danke euch für eure Treue für Abos für Likes für alles was dazu gehört danke 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 wir sehen uns in Livestreams habt einen schönen Tag oder Abend bis dann ciao ciao